Der Apostelgeschichte Nummer 27 Von der will wir dann die Predigten über der Apostelgeschichte zu eng bringen. Der letzte Weg geht wieder ab, wo Paulus von der Rheime fastgenommen wird, sodass die Jüden ihn nicht anbringen können. Er wird gefördert gerecht gebracht, aber er konnte recht sein, sodass die Pharisäer und die Sadduzeer sich einander anfangen zu streiten. Und dadurch trägen sie keine Einigkeit unter sich, und so kommt er zu keiner Beschuldigung, was die Rheime verteilten hat. Die Jüden werden aber so doll, dass die rheimische Soldaten am Metgewalt von anweich rieten mussten. Und so wollen wir von der aus sein, wo die Jüden ihre Kläuhr hier in Am nicht abgehoben wird. Als das alles passiert wäre, in Paulus war der Träge in der Baracken wäre wie die Soldaten. Dann kommt die Harbi nach der Amen, wie lesen, in Kapitel 53, Alf, Sau. Obe die kommende Nacht, stund die Harbi Amen seht, Sie getraust, Paulus, so es du an Jerusalem für mich Zeichnis gejevt hast, so motst du auch ein Raum für mich Zeichnis geben. Es tut nicht wunderbar, wo wir immer weiter in der Apostelgeschichte seinen, und besonders in Paulus hin leben, wo die Har immer weiter hier in Doa Paulus dann Träust bräucht, wann er dort bräucht. Und weil hier die Harbi da doch für uns. Und da tieten, wann wir wirklich Träust bräuchten, als sie immer krägt doa und er jeft uns vielleicht durch ein Wort von Freund oder Bekannte, den Träust, den wir groß dann bräuchten doaunen. Was hier aber passiert wäre, als die Soldaten Paulus von den Jüden weichreiten, wäre dit. Sie hätten einen Plan entwickelt, wodurch sie würden brauchen, Paulus anzubringen. Und dass wir so, Paulus seine Saste ersehen, also Paulus seine Neffe, hier doa manke Jüden, wodze sie sich pläunen deiden. Viertig Mann hadden geschworen, dat sie nicht eten oder trinken würden, wat sie Paulus doa gemerkt hadden. In dit wird die Plan. Sie würden den Kommandant, waere doa am Bernden, dat sie Paulus noch einmal ferret gerecht bringen würden, ferrem Rot. Dan würden sie taufforen, en am doa krägt ferrem Rot doa gemerkt. Obe wat sie nicht eingerworden wären, wie er das Paulus seine Neffe, in jungen Jungen, dat Tauje heet haut. En die jenkt nur Paulus, en die vertalde ihm dit. En dan nam Paulus an noem Kommandant, en seht am, des Jungen haft die Worte vertalen. En wie weet je dan, wo dat wieder jenkt? Des Jungen vertalde diesem Hüren Kommandant alles, wat die Jüden geplont hadden. En dieselwien Nacht, jo an demselwien Abend, mögt der Rheinische Kommandant und daunt alles reid, 200 Soldaten in 70 Ritter. En met diese Taub namen sie Paulus, en leden en die Nacht noch laus, noch Caesarea, wo de Gouverneur Felix sin Amt uitfiehet. Wat met diese vierte Mane passiert es, die geschworen hadden, sie würden nicht eten oder trinken, weet wie nicht. Of sie wirklich sind daut gedarscht oder daut gehungert, dat weet wie ook nicht. Obe eintes Kloa, er Plon schaft nicht. Als Paulus dann in Caesarea bei den Gouverneur Felix wäre, kommen noch fiefdeel die Jüdenwaren von Jerusalem met ihren Aufkot Tertullus zu haan, um Paulus ver Felix zu beschuldigen. Tertullus redt seier verächtlich über Paulus und beschuldigt am, dat he all erwehren trubbel möcht und hat versacht, den Tempel zu veranreinjen. Paulus wordt dann abgefahren, sich zu verteidigen. Eerstens seet he tom Gouverneur, dat dit gar nicht stemmt, wovon sie am beschuldigen deiden. Hij wäre fredlich am Tempel gewaast und hat da mit keinem gestreden um ein Abruhr zu merken. In der zweite Vier, he seet, lot an dat bewiesen, wiel sie haben keine kläu hier in me, wat sie bewiesen chennen, büte, dat ek an die upperstönung van de Doudis geleivendau. He bekehnt doch ganz klar ver disen rheimischen Gouverneur, dat he an Jesus geleivd en dat Jesus wot warakomen. Feilig seet, he wot luren wat Lysias, de Kommandant uit Jerusalem geheim, en dan wot he sin urdeel uitspreken. En so didet wat je doel, en terchen en ober befeul he, dat Paulus soll een geweset portfrihet hebben en dat sine frend am besieken en am versorgen konnen. Also Paulus horret nicht direkt schlacht, ober he weer faustgenomen. hij moest immer met een soldaat taub sehnen, ober he kon frie raam gohnen, ober he moest doblieven. No dem, sagt ons de Schrift, keim feiligst met sine frü Dursela, dat wie ne Jüdin, en horcht zich nog einmal an, wat Paulus ewa sinnen Glauben te zahen had. O'n entwivel, wie feiligst seie nischierig, ewa dat wat Paulus door had ongefangt te zahen, ewa dem, dat de eernstlich to aam van gerachtig tcheit, van selbst beharschen, in dat komende gerecht. Net zacht dat mürg den Gouverneur Felix seie angst. Weet je wat, God geeft alle menschen je leeren heten, ehrenwaag te anderen, in zich to aam te bekijeren. Entweder sau oder sau. Hier sei wie dat sogar behörer regierungs maana. Wann einer so als Paulus dat gottes klo predigt oder andere dat klo sagt, dan jeftet je weinlich verscheidene sorten van antwoorden dorab. Einst je leiven dat nich en haben zich dore verdam. Andere leiven dat en nemen dat an. Aber dan jeftet noch die drede grob. En do avan wir feilig seiena. Einst je haben angst ober se prauben die sag abt schuwen desim Gouverneur Feiligs. Woram Feiligs Paulus nich lausleit, wir dore wein, erstens, wils hei die Jüden wollen ge faulen doonen. En twidens, dat hei gehoopt hau, dat Paulus am wud becheipen, dat he frie kaum. Wils Paulus dat nich doid, hilt er am do noch vat twee jure langer, wèrent hei noch an sin omt Gouverneur wort. Paulus wie ober noch emma gefangen. Kapitel fiewentwintig ober berecht ons dan, wo Festus met Paulus am jeng. Die Jüden wollen Festus bereden, dat he Paulus wat a treg no Jerusalem schen wud. En dat weit wie alle, worum se dat deiden. Se wollen sich unger weis verstärken, en dan wollen se am sau an brengen, wärend he noch apen wa chwe. Festus ober deidot nich, en he seht, sie mussten alle na Caesarea koumen, en do wo de an hirn. Aus Paulus dan war a fer den verhier wir, wul festus de Jüden in jufaulen dounen, en so früch he Paulus, auf he welich wir no Jerusalem te gounen, am sig do verhieren to loten, ferre Jüden. Nu wist Paulus jeneiv, dat he festus ook nich vertruhen kon, wils de do am so se besorgt wie de Jüden in jufaulen te dounen. He had je die macht, am irgende tit de Jüden in a heng te jeven. Aber dan les we in Kapitel 25 verstehen, wat Paulus do ab antwurden deit. He seht, ek sto hierfer den Cæsar sin rechter stoul, wo ek soll gerecht woren. En du weist sehr gaut, dat ek die Jüden nischt arrechtet gedonen hab. Aber wannek irgendweem arrecht behandelt, oude miet dem dout verschuldigt hab, se ek reit zu stoven. Aber wannek an all dem, wo met die menschen miet beschilden, nischt door henge is, kon as Festus die sach met dem rot, der ge reit had, seht he, wirst du den Cæsar seinen, dan saust du no Cæsar gau'n. Bolderab keim die chenning a grippe in sin frue Bernice, no Festus spezieren. Festus reit mit an, vertal dan von des eien orten gefangenen, wat gebet had, fer den Cæsar an raum verhiert te boren. Festus sin trubbel ver, dot no dem he am verhiert haud, wisst he noch immer nicht, wat for ne beschuldigung he am geven soll, wann he am no raum schecken deit. Paulus wort nu ook noch fer den Cæsar a grippe gebracht, om am sin gau'nse gyschicht te vertalen. Paulus neem des gelene et war en vertald an ook sin seignis. Hei hier gemocht, dat Paulus hier fer drei höre regierungsmenschen sin seignis geft, eerst wird feiligs, don wird festes, nu ezet de Cæning a grippe. Dat erfällt krakt, wat Jezus ever am sed, dat he soll ver arm in seignis sennen, fer höre regierungsmenschen in vert Cæning je. Paulus schämt sig rei nuscht, en e vertald wat beampassiert wer, wo er sich beteert hauen, wo er eerst o jä ingewaast wer, en wo er ober ganz verandert wort derch Jezus Christus. Und dun in Kapitel sassen 20 27 frug he den Cæning so, Cæning a grippe, gleifst du, wat de profiten seiden? Ek weet, dat du dat gleifst. Dan seht a grippe to Paulus, du fejlt nicht fejlt, dan hast du me berät, in Christ te woran. Paulus seht, mocht gott jeven, of het nu an fejlt oder weinig fejlt, dat nich bloes du, ober alle, die me nu herren, saune woran mochten as Aksi, büte des keden. A grippe wie noch ein bespell, von wo menschen ab dat evangelium antworten. Wie fejlig sag, wie dat he angst had, ob dan dat pravd abzuschuiven. Hier bi a grippe wie dat meis so. He wie meis so wiet, dat he sig betehen, ob he dat nich. Dormat wie he dan noch kraag zu verloren as verheer. Meis den Christe woran, erst noch lang nicht in Christe woran. Aksi mi sacher, du san fejle wort mi von de o hirn, de han dat al fyrken gehet, dat eine jesus moet annehmen. Dat wanne eine nicht verloren gonen will, dann moet eine sig bekieren. Paulus predigt diese Botschaft immer war auf dat jüden wiren ou der heiden. En hier in diesem latzten port von Apostel geschicht seien wir dat ganz besonder wo Paulus to de heiden predigen dat. En dat hirngsmana hirnggestalde menschen. Obe die trubbel wie die menschen es überall dieselbe. Soia viel menschen han angst wanne einer von e 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 weilst die omaaklich von bernen, wanne o wat von der eivigzheit gereet, wanne o wat vom verloren gonen gereet?. Dat will wie alle leiber nicht hirng, wie möchten leiber wat makell jirrt hirng. Aber ich mag das von dir auch sagen Best du auch so feiligste Angst hast Als von der Ewigkeit geredet wird Weißt du was? Das kann von dir auch verändert werden Wenn du wellig wurscht Büsste zu daunen über deine Sünden Und du nur Jesus schämst Und du bätst, um dass er dir die Sünden verjäft Dann wird er dort daunen Und weißt du was dann passiert Dann wird in dein Wort so ein Frieden entkommen Soß du noch niemals erlebt hast All die oule schlechte Dinge weich sind Die sind weich gewaschen durch das Blut Jesu Christi Und du hast nie het leven durch arm Ei wird leven Ein Leben wird niemals abheut Felix hat Angst Aber er hat nicht den Maut Sich zu bekehren Und mit den oulen gottlosen weich zu breken Best du wellig von dir Mit den oulen gottlosen weich zu breken? Aber dann denke ich noch an Agrippa Agrippa wie ein Ternink He wie ein höchgestellter Mauen Aber he hat auch ein Wort voll Sinn Und wann er hier sagt Du Paulus Du darfst mich meist bereden Dass ich auch ein Christ war Sag ich das Wort Einer wird sich bloß wünschen Dass er den ganzen weich gegangen wäre Aber er hält da ab Wo es am wichtigsten wäre Diesen Schritt zu daunen Und dass ich all seht Meist ein Christ ist noch lang nicht ein Christ Wo ist es von dir bei dir? Du hast dich vielleicht auf Färken vergenommen Du wusst auch kein Christ worden Aber du kostst dich bloß nicht dort zu kriegen Was hält dich ab? Diene Familie? Was Menschen seien worden Ewa die, wenn du dich ab einmal veränderst? Wenn du ab einmal dort da ist Was du erst einmal veracht hast? Låt dich doch bereden von dir Låt dich doch abgemärkt worden Durch den Heiligen Geist Dort du wirklich diesen Schritt daist Und schuf dort nicht ab Sust dich kennig Agrippa Wie lesen nicht mehr von einem Eine Apostelgeschicht Und er gnehm an Dort bleift er wie Und er ist verloren gegonen Wil himau meist den Christ wir Und nicht in Gonsa Dort urdeil von scheinig Agrippa wir Dort wann Paulus nicht doch am Gebet haut Fär den Cäsar verhierter worn Dann haut er konfried geloten worn Aber nun muss das ganze Seinen weg nach Raum gönnen Wir kommen dann bei Kapitel 27 Und da seien wir Wo Paulus da nach Raum gebracht wird Nu wird es so weit Dat Paulus nach Raum genomen wird Um sich da für den Cäsar Zu verteidigen Das 27. Kapitel vertelt uns dann Wo Paulus met noch andere Gefangene Taub Wo ingen Absicht Op ein Handelsschöp Met nur Italien Seelen died Woat hier aber sehr erspannend ist In dem Kapitel Wie der große Sturm Auf dem Meer Wo man meistens leben kost Sie wären all der lang Von den Sturm gejaght Und hatten das Schöp Nicht mehr in ihre Macht Alle Hoopning Wie abgegift Wat der Haar Durch ein Engel In der Nacht Paulus nie in Maut In Trost gauf In Vers 24 Sagtat Vercht die nicht Paulus Du magst Ver den Cäsar Zu stonen kommen In Gott In seine Gnode Haft die all Die Leben geschenken Die mit die Taub reisen An die Nacht Fu der Schöp Immer nieder Na die Insel Malta Dat wisten sie Ober nicht Ober door An dem Meereskont Von Malta Jucht der Schöp Ape Steiner Faust In Brück Tobita Ober jeder einer Können sich Auf dem Biet Vom Schöp Zu Land bringen Wo die Inwohner An frendlich abnahmen Dann wurde uns berecht Dort in Malta Bleiben sie dann Für drei Monate Wodet ware Tum Seelen Beter wort Und dann Fuhren sie Waren auf In Raum Wodet all nicht Meier so weit Aufhier Dat 28ste Kapitel Sagt uns dann Dort aus Paulus Do ankommen Wodet er Ober Gott behandelt Hei dörf En sin ehnet Hüß wohnen Wodet er Gepacht Haud Meten Soldot Taub Wodet Am bewachen Deid Ober anders Haudet die Friheit Menschen Kunnen Ohn gehindert No am Kommen Do spazieren Hier kun Hei To die Jüden Oberg To all Dei Wodet No am Geimen Von Gott Sein Wut Reden Ohnen Gehindert Ist dort Nicht wunderbar Dort bürg von der Apostelgeschicht Schlitt so auf Dort einer meint Du soll noch Meier kommen Wo hei Lotharfer Den Täser Verheert Wart Dort weit Wie nicht Dort wort Hier nicht An Apostelgeschicht Berecht Bloß Dort hei Ein Raum Wier Indor Predien Deid Indor Viele Menschen Wo sie In Hüß Kommen Am Am Ute Fröhren Hei Proof Die Jüden Zu Bereden Ob Er Schient Es Wann Sie Eins Gedeiden Sick Bekehren Und So Habe Von Die Seinen Wo Paulus Einmal Nur Das Andere Mal Ver Höre Regierungs Lied Sein Zeichnis Gauf Und Dort Ist Auch Worever Das Ganze Bürg Von Apostelgeschicht Sick Mith Houdelt Habe I Dort Er Geleert Dat Wie Auch An Zeichnis Ver Alle Menschen Welich Sitten Geben Denkt Junt Noch In Apostelgeschicht Kapitel 1 Je Sellen Miene Sägen Sein En Jerusalem En Gonst Judea En Samarien En Bad Ondert Eng Von A Welt Dort Habe An Apostelgeschicht Geseinen Wo Die Erste Christen Dort Erfellen Deiden Die Gingen Bote Hingerste Steed An Welt Das Evangelium Zu Sein Wie Aus Mennen Nieten Sondern Vergen Seier Stolte Met Gewast Dort Wie Die Stelle Am Land Sein Det Das In Aulet Sprekt Wurt En Fehl Ich Leifen Dat Dort Biblisch Es Aber Dat Ist Nicht Biblisch Wann Et Tum Glauben Schemmt Dann Sell Wie Nicht Die Stelle Am Land Senn Wann Wie Trägt Eke No An So Verfahren In Holland Die Mennoniten Dann Sei Wie Ganz Klar Dat Sie Nicht Die Stelle Am Land Wieren Dort Passiert Viel Lot An Preissen Mal Die Mennoniten Anfangen Dann Wieren Dort De Lied Wart Von Eeren Glauben Bekenntnis Gaben Wart Davon Reden Deiden Dort Ist Die Biblische Weich So As Wie Mennoniten Auf Vier Geworden Senn Wo Wir Nicht Mal Vom Glauben Reden Wollen In Wie Leifen Dat Wir Stolt Wann Einer Davon Red Dort Ist Nicht Biblisch Die Biblische Weich Ist Die Weich Die Uns An Apostel Geschicht Immer Wart Gehebt Wart Wo Dat Evangelium Die Gouden Norrecht Von Jesus In A Gance Welt In An Gedrucht Wart Und Sagt Bloß Nicht Dat Bloß Für Die Apostel Wier Oder Die Wart Beschreven Senn In Apostel Geschicht Wir Lesen Immer Wart Dat Alle Christen Wo Immer Dat Wier Auf In Jerusalem Oder In Die Heiden Länder Auf In Ephesus Oder Korinth Oder Thessalonich Dat Wieren Menschen Wart Er Zeugnis Klo Und Die Andere Säden Und Durch Andere Oktum Glauben Kommen Dat Ist Die Biblische Weich Und Ich Hop Wie Han Dort Gelehrt Durch Diese Apostel Geschicht Dat Wart Seen Weich Es Dat Wann Jesus An Ans Hort Lebt Dann Sel Wü Die Andere Dovon Reden In An Glauben Kommen Chennen Ich Hop Du Hast Die Durch Diese Predigten Abgemerkt Du Wirst Auch Den Port Donen Dat Dit Zeichnis Dat Diese Botschaft Von Jesus Auch An Alle Welt Verspreit Wart Und Nun Mott Witt Zum Schluss Kommen Wie Wohre Noch To Beden Leber Herr Jesus Wie Danken Die Wohre Für Das Bück Von Apostel Geschicht Wot Uns Dat Alles Gelehrt Haft Und Ich Wäre Dass Du Uns Möchst To True Zeugen Jesu Merken Wir Beden Darum In Jezus Sine Nomen Amen Wann Wann Ich Noch Fröhren Haben Oder Mit Irgendwem Reden Möchten Über Dort Was Ich Auf Das Programm Gehört Haben Dann Schrief Doch An Johan Dic Wax 361 Blumen Ud Manitoba Kanada R 0 A 0 6 0 Meine Telefonnummer Es 2 0 Feier 3 Feier Saß 0 5 2 3 Noch Eimel 2 0 Feier 3 Feier Saß 0 5 2 3 Ek wens Julle Na Goude Wee A Par An You 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 Vielen Dank.